Willkommen bei elgertweber.live. Mein Name ist Frank Schuh und zusammen mit meinem Co-Analystin Michael Meinberg analysieren wir täglich die neun wichtigsten Indizes, Rohstoffe, Edelmetalle und Kryptos. Als Abonnent erhältst du klare Einstiegs- und Ausstiegssignale, damit du von Anfang an Gewinne machst und deine Verluste in Schach hältst. Buche die Basis für deinen Trading-Erfolg jetzt auf elgertweber.live. Besuche auch unseren täglichen YouTube-Livestream, der dir während des gesamten Börsentages automatisierte Wellenzählungen mit echten Kaufsignalen für optimales Timing liefert. Und nun wünsche ich dir viel Freude und Nutzen mit einem weiteren spannenden Video. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Michael Meinberg. Willkommen bei elgertweber.live. Und heute werden wir mal den Goldmarkt unter die Lupe nehmen. Wir werden mal in mehreren Tagen reinschauen, was ist denn da überhaupt passiert auf dem Stundenchart. Wie geht das hier an unsere Abonnenten raus und ihr habt am Ende des letzten Tages, das heißt gestern vom 11.11. die Möglichkeit von dieser Analyse noch zu profitieren und könnt euch davon vielleicht eine Scheibe im Markt mit abschneiden. Wie auch immer. Wir legen los. Wir fangen jetzt am 28.10. an auf dem Stundenchart an. Wir haben hier eine Welle 1, 2, 3, 4 und erwarten hier oben die Welle 5 bei 2785 Dollar. Und ja, wir gucken mal, wie ist denn jetzt der Kurs am nächsten Tag weiterverlaufen. So, wir befinden uns hier aktuell am 29.10. Der Kurs ist hier weiter impulsiv nach oben verlaufen. Das wurde hinterlegt mit einem grünen Pfeil, was ja für steigende Kurse spricht. Und wir gehen direkt weiter zum nächsten Tag. Und wir wollen natürlich rausfinden, sind wir denn hier oben in der Welle wirklich gelandet oder nicht. So, wir sind jetzt hier am 30.10. angekommen und der Kurs ist erst mal weiter hier nach oben verlaufen. Ziemlich genau hier oben in unsere Zone in diese 2785 Dollar. Was erst mal dafür spricht, okay, fallen wir jetzt, fallen wir jetzt nicht. Wir gucken einfach in den nächsten Tag rein und schauen, was ist da passiert. So, wir sind jetzt hier bei dem 31.10. angekommen. Der Kurs ist hier oben reingelaufen. Wir hatten eben die 2785 Dollar gehabt und der Kurs ist bei 2790 gedreht. Und jetzt ging es erst mal impulsiv nach unten, was mit einem roten Pfeil hinterlegt worden ist. Und ja, aktuell stand der Kurs hier bei 2738 Dollar. Wir gehen jetzt weiter zum nächsten Tag und gucken uns an, wie ist der Kurs da weiter verlaufen. Was ich hier ganz gern noch dazu sagen möchte, diese Zählung, die wir hier eingezeichnet haben, die muss der Kurs natürlich hier erst mal abbilden. Also diese Zahlen oder beziehungsweise diese Welle, die wir hier eingezeichnet haben, die müssen wir dem Kursverlauf dann natürlich anpassen. Das heißt, wo endet die Welle 1, wo endet die Welle 2, daraufhin können wir dann die Welle 3 bestimmen und so weiter und so fort. So, wir sind jetzt hier aktuell bei dem 3.11. angekommen. Warum 3.11.? Weil wir hier ein Wochenende dazwischen hatten. Der 3.11. ist ein Sonntag gewesen und Sonntag wurden die Analysen wieder aktualisiert. Der 31., das war ein Donnerstag gewesen und Donnerstag Abend werden die Analysen aktualisiert und dann wieder am Sonntag mit dem Tageschart und Wochenchart. Ja, was sehen wir jetzt hier erst mal? Wir sehen, der Kurs ist erst mal hochgegangen und hier wieder runtergekommen. Also es ist jetzt nicht wirklich viel hier passiert, wo man jetzt schon was abschätzen könnte. Erst mal ist der Kurs jetzt hier runtergekommen. Das sehen wir, aber mehr nicht. Deswegen gehen wir jetzt direkt zum nächsten Tag über und gucken, was ist da passiert. So, wir sind jetzt hier aktuell bei dem 4.11. Eine wirkliche Bewegung gab es hier auch nicht. Mehr seitwärts und deswegen gehen wir gleich weiter zum nächsten Tag. Das ist Tag 5, also der 5.11. und auch wirklich keine Bewegung im Markt. Wir sehen das hier, grüner Pfeil, roter Pfeil, grüner Pfeil. Das heißt, es ist eine klassische Seitwärtsbewegung, in der wir uns hier befinden. Und ja, wir gehen weiter zum nächsten Tag über. So, hier haben wir die Zählung dann angepasst. Das heißt, wir haben dann hier die Welle 1, die Welle 2 und was hier hinterlegt worden ist mit einem roten Pfeil, die Welle 3. Diese Kurse werden dann natürlich auch immer genau beschrieben und hier gibt es dann, hier sollte es eine Aufwärtsbewegung in die Welle 4 geben und wo wir dann hier weiter runter in die Welle 5 laufen. So, jetzt gucken wir uns das mal ganz genau an, was ist jetzt wieder passiert an dem nächsten Tag. Wir sind jetzt hier an dem 7.11. angekommen. Das heißt, der Kurs ist dann erstmal hier hochgegangen. Das heißt, hier konnte man eigentlich schon profitieren von dieser Analyse, wenn man seine eigene Strategie hat, wie auch immer. Man könnte jetzt auch hier in der Welle 4 einsteigen. Ich bin mir sicher, dass wir das den Abonnenten mitgegeben haben, um dann hier eventuell in der Welle 5 wieder auszusteigen. Wir gucken aber mal weiter. Was ist denn jetzt als nächstes passiert mit dem Kurs? So, wir sehen jetzt hier den 9.11. und wir gucken mal, das ist die Welle 4. Das wurde jetzt hinterlegt mit einem roten Pfeil. Das heißt, hier bestand die Möglichkeit, dass wir jetzt in die Welle 5 reinlaufen und die übergeordnete Welle A abschließen. Und dann gucken wir mal, was ist denn an dem nächsten Tag passiert. So, wir sind jetzt hier an dem 11.11. angekommen. Das ist gestern gewesen, weil heute haben wir den 12.11. Und ja, was ist jetzt hier passiert? Der Kurs ist jetzt hier exakt in die Welle 5 reingelaufen. Aktuell ist der Kurs weiter runtergelaufen. Ich glaube, ich müsste mal schnell nachsehen, aber der ist bis 2.590 gelaufen. Das heißt, ungefähr hier in diese Region. Er ist noch ein Stückchen tiefer gelaufen. Was will ich euch jetzt hier eigentlich mit dieser ganzen Geschichte sagen? Diese ganzen Chartbilder, die ich euch gezeigt habe, die ganzen Tage, die zeigen eigentlich, dass die Wellentheorie ihre Daseinsberechtigung hat. Und diese ganzen Kurse, diese ganzen Wellenzählungen, die wir hier einzeichnen, die haben ihre Daseinsberechtigung. Wir haben hier oben auf 5 Dollar, also wir haben es auf 2.785 analysiert und der Kurs ist bei 2.790 gedreht und danach gab es diese Abwärtsbewegung. Und ich sage es immer wieder, wir haben hier ganz, ganz viele Leute dabei, die einfach die Analysen nutzen und ihre eigenen Strategien haben, wo sie sich im Markt positionieren und aufstellen und von solchen Bewegungen profitieren. Also ich denke, das war eine sehr, sehr gute Arbeit hier gewesen. Und ja, wir werden sehen, ob wir jetzt hier die Welle B ausbauen, hier hochgehen und dann hier runterlaufen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das so kommen könnte. Wir werden es sehen. Ich hoffe, ihr konntet auf jeden Fall von der Analyse profitieren oder werdet davon profitieren. Lasst gerne ein Like da und ein Kommentar. Wir hören uns auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao.